So, willkommen hier ein weiteres... Was ist der Böse? Jetzt denke ich mal, kann ich hier wieder mal was reden. Hehehehe. Ja, bei Freunden hatte ich ja vorher vergessen, hier den Mikrofon anzuschauen. Jetzt habe ich. Und zwar gucken wir mal bei der Kaffmorden der Anschlöcher. Ich darf keinen entkommen lassen. Hallo. Ja. Hup! Ja, da war's. Ja, da war's. Also, ich habe Spaß am Leben. Äh, Diktota mit Leid und Seele. Folgt mir. Ich weiß selbst nicht wohin. Hehehe. Ja. Und dann gucken wir mal ein bisschen an. Murbrüm da. Ha. Weil eigentlich meine Erlopptörer ist so schnell ja nicht. Hehehe. Hat ja wirklich erlaubt, dass ich hier irgendwie zu sehen kann. Ich schmute mal ein bisschen nebenbei mein Mikro. Ich schmute mal ein bisschen an. Ich schmute mal ein bisschen an. Besser als nicht. Ja. Schrot. Ich kann nicht wachen. Hallo. Er hat sogar schnöten. Ich bin auf jeden Fall schon auf Sprit vermischt. Und Leben. Na, ich noch nie. Ich geh jetzt leider an der Sache. Hup. Da sind Männer! Ihr fallt ihn gerne in den Rücken, stimmt's? Wie gefällt euch das? Da fehlt doch mal eh noch. Da oben. Ich darf doch nicht gerne mal da sein, oder? Da bin ich mir jetzt was getan. So, da bin ich hier wieder. Also der spielt hier wie... wie Far Cry oder so. Far Cry 5 ungefähr. Ist hoch, aber auch mit satte und reichlich. Dabei wissen wir hier... Zombies. Ist ja noch mal die Spakos entdeckt, oder was? Ja. So. Ich würde mich erst mal freuen, dass ich bei ihnen erst mal ein Abo da lasse. So. Und... Ein Like. Da hat er auch mal... Was hast du verdient? Ich seh' dich einfach. Da bist du. Ja, wir beide sind. Danke für mich. Wer hat das Geld alles gezogen. Eu bin wieder Hmmmmann. Ich darf das... Natürlich. Warum nicht? Ich muss den hier noch schreiben. Das ist ja... Also und... Wer noch ist noch hier? Ich bin hier oben. Leck ihn um! Ups! So, links steht ja im... Video-Beschreibung. Dazu. So, für den Kanälen. Ich krieg dich! Bring den Dress! Geh! Oh, ja. Oh! Ja! Ah! Oh, ja. Ah! Der liest erst sehr wohl später. Also nicht jetzt sofort. Was ist der denn? Na endlich. Na, wird er eingefallen. Oh. Na. Das war der letzte. Ihr werdet hier keine weiteren Hinterhalte mehr legen. Die sehen doch aus, als könnten sie hier einen unterirdischen Bunker haben, oder? Aber wo? Ja. 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 Das ist hier eine Bunkertür. Bunkertür. Das ist ein Nachteil. Mal gucken. Vielleicht finde ich dann bei meinen Nachrichten irgendwie was von dir. Ja. Ja. Sehr gut. Viel markiert. Aber wir gucken mal ein bisschen hier. Ja. Und das? Wandbolzen. So sieht er aus, der Atzen seiner Fiehnischer. Ja. Das wäre eigentlich so dauerknapp. So. Ich muss erstmal hier. Ja. Das war ein Testspieler hat der Wunder. Dann nehme ich die nochmal. Aber der Test. Ja. Das ist halt schon. Ein paar streamt schon. Streamt schon. Streamt. Also unter eine Stunde. Immerhin. 15. Und da kann ich die herstellen. Haha. Das liegt an den Zitternsachen. Das machen wir schon. Ist der was? Oh. Ja. Der Micha. Ja. Ich brauche eine Woche. Aber. Naja. Ich werde auch bald auch noch hier mein Stream noch vorbei. Ah. Dann haue ich jetzt sie. Na mein Gott. Na mal sie. Ich hab schwer gehauen. Ich Idiot. Na egal. Dann haue ich ja jetzt auch nicht. Ach. Na dann. Au wie au weh. Ja. Krass. Ja. Wo ist mein. Das kann man herstellen. Das kann man herstellen. Oh. Ich geh nochmal. So. Da hab ich den immer noch nicht frei. Aber hier aus sprit. Den brauche ich dringend. Sehr. Sehr. Trägend. Da liegt mir hier Sprit. Ich versetzt nichts. Keiner. Das ist aber doch gesprit. Naja. Ich weiß aber wo hinterliegt. Also wenn du ja siehst. Der. Mischer oder der Atzenmischer. Äh. Grusel geht raus erstmal. Wenn du ja siehst. Auch schön 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 machen. Und. Und. Ja. Naja. Ich hoffe mal. Mal gesessen. Das ist immer wieder. Auch. Wie bald auch man hier. Ungefähr. In die Richtung bekommen. Und. Ja. Ja. Ich wünsche dir auch her. Also ich war drauf. Viel Spaß noch. Kann man mal lernen. Ja. Und. Schauen wir mal. Oh Gott. Was ist denn hier los. Ja. Die Neuroforschungszentrale. Hab ich gesehen. Was ist denn hier schön. hin. Nur fahren. Ich fasse mal die weißen Dinger ab.